Simone Kowalski ist völlig verzweifelt. Die Germany's Next Topmodel-Gewinnerin von 2019 sucht nach einer Mietwohnung in Hamburg. Auf Instagram richtete sie sich nun an ihre Follower in der Hoffnung, dass ihr jemand weiterhelfen kann. Aloha, ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag habt. Und ich habe leider eine Frage, und zwar, vielleicht kennt ja einer von euch da draußen, und zwar brauche ich eure Hilfe. Ich schaue für ein Flas, eine Wohnung, drei Zimmerchen wären top. Einbauküche und Balkon sind doppelt plus. Schon seit einem Jahr ist das Model auf der Suche. Jetzt sollen also ihre Instagram-Anhänger Augen und Ohren offen halten. Ich wäre euch super dankbar, wenn ihr euch umhören würdet, oder vielleicht kennt ihr ja jemanden, der seine Mietwohnung loswerden möchte, oder vielleicht eine schöne, nicht zu teure Wohnung zum Kauf. Also ich bin ein bisschen da begrenzt, aber bitte, bitte schickt mir alles, was ihr habt. Ich bin nämlich totally, desperately am Verzweifeln seit einem Jahr schon. Bei dieser lieben und verzweifelten Bitte werden sich sicher einige Fans des Models finden, die ihr helfen können. Wir drücken Simone bei der Wohnungssuche die Daumen.